Hallo und herzlich willkommen zurück im Klimmbaustanzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott und heute habe ich hier eine Tüte mit Tüten und eine Anleitung. Ein wenig geknittert leider. Aber was ganz Interessantes. Ups, sieht man was. Guck an. Mehr dazu nach dem Intro. Wir haben hier aus der Fantasy Magic World Harry Potter mit der Nummer 60, 70 und 777 Teile von 8 bis 14 Jahren mit 2, 3, 4, 5, 6 Minifiguren. So sieht das ganze aus. So von hinten. Hier mit ein paar Details. Es hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Lego Harry Potter Set, die heulende Hütte und die Peitschenweide mit der Nummer 76407. Hm, ja, die hat auch 777 Teile und ist seit neun Jahren plus. Jo, was sagt uns das? Ist wohl ein Klon. Ne? Aber bezahlbar. So, dann schauen wir mal. Hier in Dicke 2. Ich hab dann mal ein wenig zu tun gesagt. Das kann natürlich ohne Kettung, obwohl man hätte es auch mit Kettung haben können. So, was haben wir hier? Wir haben hier verschiedene Tüten. Neun oder sechs können wir auch tun. Neun, vier, sechs, fünf, sechs, drei, fünf, zwei, fünf, vier, drei, eins, eins, nochmal eins, zwei und drei Platten. So. So. Wir haben hier natürlich auch ein Wertproduktteil des Trennern und diese Anleitung. Und was ich bis jetzt nicht gesehen habe, doch da, wir haben auch ein Stickerbogen. So sieht das gute Stück aus. Ja. Ein bisschen Holz. Ein paar Steinchen. Ohne Karte vielleicht. Hm. Mal schauen. So. So. Die Anleitung hat insgesamt 38 Seiten mit 141 Bauschritten. Äh, zwei, vier, sechs, sieben Minifiguren und eins, zwei, drei, vier Sammelfliesen. Wie kommt die denn da rein? Na gut. So. Ich werde das jetzt mal aufbauen und dann kann man ja vergleichen, ist es wie das Lego Set oder ist es nicht wie das Lego Set. Wie ist die Qualität? Wie ist die Erscheinung? Wie ist der Unterschied? Wie ist die Erscheinung? Wie ist der Unterschied? Eins. Zwei. Unföd. Zwei. Und vierte drei. Es gibt keine Bodengrundplatte, dann haben wir was in Durchsichtiges, noch was in Durchsichtiges. Hier sehe ich Teile von Minifiguren, einen wertvollen Teile-Trenner mit der Bezeichnung BJL, also könnte das Set ein BJL 6070 sein. Dann haben wir hier ein Steinbergmassiv und ich sehe schon zwei Figuren und wenn ich das richtig sehe, müsste das einmal eine Hermine Green Ranger sein und ein Ron Weasley eventuell. Die werde ich dann jetzt noch zusammenbauen und dann werde ich mich gleich wieder machen. Hier haben wir die beiden. Ja, mit Mini-Bahnchen. Hier hätten wir dann die Sammelfliese. Sieht schon mal ganz nett aus. Ich würde sagen, auch gute Qualität, gute Prints. Von hinten kurze Beine. Dann bauen wir doch jetzt erstmal den Bauschritt 1. Und danach würde ich sagen, melde ich mich wieder. Jetzt. Ich werde das hier mit dieser Anleitung und der, auf denen wir vergleichen. Hier sieht man auch, wie man das auspackt und so weiter. Hier die ersten Bauschritte. So, und dann schauen wir uns das nochmal in Ruhe gemütlich an. So. Wir haben jetzt den ersten Bauaufschnitt fertig. Damit bin ich bei Bauschritt 20 gelandet. Ich habe das Ganze mal mit der dänischen Anleitung verglichen. Da sind wir bei Bauschritt 36 auf Seite 30. Hier sind wir auf Seite 5. Wenn ich das jetzt richtig sehen sollte, weiß ich aber nicht genau. Dann soll das hier leuchten. Ob das jetzt bei dem Modell auch leuchtet, weiß ich nicht. Ich sehe jetzt immer nicht das Schlimmste in dem Moment. Nein. Ansonsten, die Teile lassen sich... Ich konnte mal da liegen. Hervorragend bauen. Sehr gute Klemmkraft zueinander. Richtig smooth. Quasi wie bei den dänischen Steinen auch. Also ich habe schon schlechtere gehabt. Die Oberflächen sind nicht ganz so toll, ja. Aber die... Das Klemmen... Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Genau richtig. Also... Wirklich... Haben wir einmal hier den... Diesen Zaun, ne. Die Figuren habe ich ja schon gezeigt. So. Und dann haben wir Duos hier. Wobei man das hier dann drehen kann. Ja. So. Ich denke mal, dass er sich dann dahinter versteckt. Äh... Ja. Wie gesagt, die Oberflächen gehen. Klemmkraft. Top. Wirklich. Top. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Fokus mag ich jetzt gerade nicht. Äh... Ich glaube, das kommt der Fokus so ein bisschen wieder. Also... Bauabschnitt 1. Total zufrieden. Muss ich echt sagen. So. Im Bauschritt 2. Den habe ich übrigens noch nicht gefunden. Gebraucht. Im Bauschritt 2. Das sind hierbei zwei Tüten. Ähm... Geht so eine Minifigur. Und um die Weide würde ich sagen. Mit einer Funktion in den... Da drüben. Wo hier sogar angezeigt wird, wie man einen Elektromotor anschließen könnte. Der würde bis Baustund 36 gehen. Und Seite 9. Also... Nicht allzu viel. Jo. Werde ich da mal bauen. Ob ich das jetzt heute mache. Oder morgen. Für euch jetzt der selbe Tag. Äh... Weiß ich noch nicht. Aber ich gucke es mir auf jeden Fall. Bis gleich. So. Jetzt Tüte 2. Das ist das. So. So. Wenn man dazu weitergeht... Qualität mäßig bin ich echt zufrieden. Da ist Onkel Harry, ja. Alles klar, wir sehen uns gleich. Bauschritt 36 abgeschlossen. Übrig geblieben ist ein Artikel und dann haben wir hier schon mal die Patscherei dann, die sich auch ganz gewaltig wehren kann. So sieht hier aus. Aufkleber sind jetzt nicht drauf. Hier werden jetzt Aufkleber drauf. Beim Original aber auch. Na gut. Jetzt kommen die Typen 3. Was haben wir denn mal? 2. 2 mal die Nummer 3. Das wäre dann der Bauschritt 37 auf der Seite 10. Bei Lego wäre ich dann glaube ich irgendwo auf der Seite 45 Bauschritt 65. Na gut. Erstmal die auspacken. Achso, hier Klein Harry war auch dabei und natürlich hier. Und jetzt bauen wir den ersten Teil der Hütte. Dazu müsste Sirius Black dabei sein und sein Wolf. Also seine Wolfsfigur. Mister Blick hat kein Zauberstab, aber dafür auch ein Windegesicht. Ein sehr schönes sogar. Oberkörperprint. Und er hat noch seine Wolfsfigur dabei. Und trotz Stickerbogen haben wir Prinzfliesen. Fliesen. Naja. Dann geht noch mal weiter, ne? Bis gleich. Bauschritt 3 ist abgeschlossen. Der unterste Teil der heulenden Hütte. Äh, ja. Ist fertig. So von vorne. So von hinten. Hier in der Truhe ist sogar was drin. Da kommt ein Aufkleber drauf. Regulär. Passgenauigkeit der Steine. Super. Klemmkraft der Steine. Super. Alles da. Und ganz smooth am Klemmen. Wirklich schön. Wirklich top. Ich bin echt zufrieden. Jetzt kommt Bauschritt 4. Da kommen wieder zwei Tülen. So. Seite 23. Bauschritt 75 erlassen. Äh, Tüten 4. Fertig. So von vorne. Schöner Kamin. Da so. Innen hat sich noch nicht wieder viel getan. Das ist viel ein paar Aufkleber. Aber ansonsten. Und hier oben drauf. Halt D. Jetzt kommt 5. Da ist jetzt ein Stockwerk oben drauf. Aber bis jetzt sag ich mal. Schön. Ein paar Angriffsfunkte an der Seite. Aber ansonsten sind die Steine top. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Muss ich ehrlich sagen. Super schön. Also Klemmkraft smooth. Alles. Ja, bin zufrieden. So. So. Bauaufschnitt 5 kommt jetzt. Das sind jetzt bei mir hier drei Tüten. So. Da müsste dann die letzte Figur dran sein. Und wir tragen mit dem ersten Stock an. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Platzprobleme. Du bist nach da. Entschuldigung. So. Ich muss ein bisschen umbauen. Wurmschwanz mit Ratte ist auch fertig. Wir haben wieder Fliesenprints. Und. Wir haben sogar Klavier-Tastatur als Print. Also es geht auch Prints. Egal jetzt der oder der Hersteller. Gut. Dann baue ich mal weiter. So. Bauaufschnitt 5 habe ich geschafft. Bin jetzt auf Seite 29. Hab quasi das erste Stock gebaut. So von vorne. Von der Seite. Von der Seite. Und von innen. Ein schönes Klavier. Ein Flügel. Ein Bett. Ein Kamin. Äh. Die Klavier-Tasten sind Prints. Und dafür ein Aufkleber. Klemmkraft der Teile immer noch hervorragend. Hier sind auch Prints. Äh. Richtig smooth. Die Oberflächen. Na vielleicht. Aber. Ansonsten. Wenn ich die Augen zumachen würde. Überhaupt. Top. 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 So. Jetzt kommt das Dach. Und. Diese Konstruktion hier. Und. Den hier. Getestet. Und. da drauf. Ist das so richtig? Weil so Wind schief ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke gleich mal. Alles klar. Bis gleich. So. Jetzt kommt. Der letzte Bauschritt. 6. Von. Seit. 29. Bauschritt. 101. Geht's los. Und. Soweit sind wir bis jetzt gekommen. Schön Wind schief. Ich bin im Moment vom Bauen her sehr zufrieden. Und ich packe mal aus. aus. So. da war noch das sind die letzten teile und die werde ich jetzt noch mal alles klar bis gleich also jetzt haben wir den dachstuhl schon ziemlich weit vorangetrieben muss ehrlich sagen teile qualität immer noch sehr sehr gut bin sehr zufrieden und die klemmkraft beziehungsweise aufnobben da tut sich wirklich nichts also wirklich als ob ich richtig original bauch aber wie das jetzt zu ende geht zeige ich gleich so ich bin jetzt durch das dach ist fertig ich bin eigentlich sehr zufrieden von innen hat sich ja nicht viel verändert das dach ist drauf ich mache da jetzt ein schönes review zu bau schön auf muss ehrlich sagen bin mit den teile qualitäten zufrieden fließen ein bisschen vermackt und so aber die klemmkraft und wie verklemmt und so weiter sehr sehr gut und im vergleich zum dänischen hersteller müsste man mal schauen okay ich bestelle euch einen link aus dem robot bitte bleibt gesund ich bin der marcos und wünsche euch glück auf wir sehen uns beim review ciao ciao mit mit Bis zum nächsten Mal.